Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter im zweiten Abschnitt von Kapitel 3. Und da kommt sie auch schon angeflogen. Unsere Ivo. Was bist du denn für eine? Besser du verschwindest gleich wieder. Ich bin eine Elfe und will wissen, was hier los ist. Zu fett für eine Elfe. Na hören Sie mal, ich bin... Wenn du keine Erlaubnis hast, darfst du dich nicht in der Oberstadt aufhalten. Dann steig auf dein Ding und verschwinde. Ähm. Ich bin nicht fett, ich bin schwanger. Ich bin Ivo Dora, die Prinzessin des Waldlandreichs. Und ich bin nicht fett. Aha. Anscheinend verlaufen Elfenschwangerschaften außerhalb des Waldlandreichs etwas anders. Werdet ihr zu Hause nicht fett? Elfen sind eigentlich viele Jahre lang schwanger. Aber in der Welt hier draußen werden aus Jahren Tage. Sei doch froh. Dann hast du es bald hinter dir. Ich will gar nicht. Also... Oh Mann. Ähm... Bringt mich zum Erzmagier. Sofort. Der Erzmagier ist tot. Ermordet von diesem Wetterwurz. Das ist doch Blödsinn. Das ist die offizielle Version. Die einzige, die man in dieser Stadt äußern sollte. Wetterwurz wird gesucht. Er und die anderen Terroristen sind in den Untergrund geflohen. Ach, krass. Ja. Aber es ist klar, sie weiß natürlich noch nichts. Und diesem Jorgi... Also... Ach, ich könnte mir echt eine reinhauen. Das geht gar nicht, dieser Typ. Ähm... Gerade verhindert ist. Na... Wer hat das Sagen in der Stadt? Die von Buren, oder? Wartsvorsitzende von Buren. Ja. Dann bring mich zu ihr. Ha! Du willst nicht in der Nähe dieser Frau sein. Und erst recht nicht in der Nähe ihrer Tochter. Glaub mir. Sagen würde ich jetzt schon nochmal, die beiden Verrückten. Äh... Wetterquartz? Der kleine Wilbur soll ein Terrorist sein? Was hat das mit der Größe zu tun? Dieser verfluchte König der Diebe ist ein Terrorist. Bildet mit seinen Ratten das Herz des Untergrunds. Wo verstecken sie sich? Habe ich doch gesagt. Im Untergrund. Es gibt hunderte Zugänge dort hinunter. Wenn man eine Ratte ist. Van Buren lässt gerade jedes Rattenloch versperren, das sie finden kann. Und wenn man keine Ratte ist? Da kenne ich nur einen Eingang. Groß genug für einen erwachsenen Mann. Das heißt... Vielleicht sogar für dich. Ha ha ha. Dieser große Zugang zum Untergrund. Wo befindet er sich? Willst du etwa mit den Terroristen gemeinsame Sache machen? Vielleicht will ich sie ja verhaften. Van Buren ist nicht auf Verhaftungen aus. Sie will Wetterwurz und den König der Diebe aus dem Weg haben. Die beiden bedeuten Ärger. Haben sie schon immer. Ich habe nichts gegen deinen Freund. Aber die kleine französische Ratte mit dem spanischen Akzent würde ich liebend gerne ans Messer liefern. Wo ist der Eingang? Von mir erfährst du nichts, Elfe. Und damit tue ich dir einen Gefallen. Direkt unter seine Kiste ist der Eingang. Da wette ich drauf. Ähm. Ich werde schon herausfinden, was ich wissen muss. Du solltest nicht hier sein. Du solltest deinen Stolz nehmen und hier verschwinden. Du musst jetzt für zwei denken. Vergiss das nicht. Ich, äh... Wiedersehen. Komm Butterblume. Unten erfahren wir vielleicht mehr. Butterblume. Butterblume. Oh nein. Jetzt heißt der auch noch Butterblume. Der stolze Grief. Oh nein. Oh nein. Wie sieht die Stadt aus? Das geht gar nicht. Was zum Teufel? Muss ich dieses Spiel wirklich so weiterspielen? Das geht doch gar nicht. Hallo, ihr da. Oh, hallo Süße. Oh, was willst du? Gesucht wegen Mordes am Erzmagier. Hat man diesen gefährlichen Terroristen immer noch nicht gefasst? Das ist doch alles Schwachsinn. Van Buren will die Ratten loswerden, weil sie Alisters Leute sind. Sie nennt sie Terroristen. Deswegen können ihre Leute in allen Häusern herumschnüffeln. Sie wollen ja nur die Rattenlöcher schließen. Ganz nebenbei erfahren sie so natürlich, wer wo lebt und was sie von Van Buren halten. Ein riesiger Haufen Trolldung, sag ich dir. Hallo, Herr Fuchs. Ach du Scheiße. Reden wir mal wieder zu viel? Oh nein, nein. Nicht den armen Fuchs verzaubern, oder? Sie müssen Ratsvorsitzende Van Buren sein. Kluges Kind. Ich wollte Sie fragen, ob... Was soll denn der... Ach du Scheiße. Sie sollten mehr darauf achten, was Sie sagen, Herr Fuchs. Wegen der Kinder. Komm, Spätzchen. Oh, Mami. Guck. Den hab ich gemacht. Ist der nicht niedlich? Ja. Das hast du fein gemacht. Der alte Jenkins wird seine Lektion auch gelernt haben. Ich will ihn haben. Ich will ihn haben. Ja, und Ursula von der Buren da hinten. Oh mein Gott, wir tun es nur für die Kinder. Oh, okay. Ähm. Ähm. Ja. Entschuldigen Sie, ich war noch nicht fertig. Doch, waren Sie. Komm, Schätzchen. Lass den Hippogreif in Ruhe. Ich will ihn haben. Er will mit. Tut mir leid, Kleine. Butterblume gehört mir. Die Elfe hat recht, Spätzchen. Der Hippogreif gehört uns nicht. Ich hab ihn gemacht, Mama. Er gehört mir. Aber Schätzchen. Nein, nimm nicht Butterblume. Mir. Mir. Na, natürlich. Äh. Dann, ähm. Nimm ihn nur mit. Hm? Hm? Oh nein, Butterblume. Okay, jetzt hab ich mich grad an die, an unser stolzes Russ gewöhnt und, ja. Schon wird's uns wieder weggenommen. Ähm, wir probieren nochmal mit. Ich, äh, ich habe die beiden nicht gesehen. Das war nicht deine Schuld. Das war meine Unaufmerksamkeit. Die Tochter der Ratsvorsitzenden. Sie steckt hinter all diesen Verwandlungen, oder? Na. Wie ist das möglich? Normalerweise verblassen Zauber schon nach kurzer Zeit. Woher hat sie diese Macht? Ähm, ja, weil sie den Zauberstab von Wilbur hat. Kannst du mir etwas zum Mord am Erzmagier sagen? Ich glaube... Hm. Gab es überhaupt einen Mord? Ich meine, ist er wirklich tot? Vor allem das fliegende Fosken. Wilbur und die Ratten hätten ihm nie etwas angetan. Sie sind Sündenböcke. Angenommen, der Erzmagier lebt noch. Van Buren hätte ihn bei sich, oder? Im Magierturm? In der Schule? In der Hosentasche. Ah, nee, doch in der Schule. Also schön, dann ist das mein nächstes Ziel. Van Buren ist doch bestimmt nicht mit legalen Mitteln an die Macht gekommen. Natürlich nicht. Diese... Diese schönen Dinger um meinen Kopf verhindern, dass ich bestimmte Dinge sage. Schimpfwörter und Flüche, meinst du? Ha, schön wär's ja. Nein. Sibyl Van Buren hat die Macht auf *** gerissen. Ohne das *** dafür zu haben. Zensur. Das ist es. Und weißt du, was das Schlimmste an Zensur ist? Ich, äh, verstehe. Was willst du wegen der Dinger um deinen Kopf unternehmen? Ein Nichts? Was kann ich unternehmen? Ich bin Reporter, kein Magier. In dieser Stadt gibt es keine Magier mehr. Van Buren hat sie alle... Magie ist ihr Schlüssel zur Macht. Sie glaubt, nur ein Magier könne sie jetzt noch aufhalten. Wie passend, dass der einfallsreichste Magier der Stadt im Untergrund hockt und wegen Mordes gesucht wird. Ich muss weiter. Halt durch. Solltet ihr euch in der Oberstadt umsehen wollen, dürfte das hier nützlich sein. Presse-US-Ways, oder? Ach ne, Schlüssel zur Stadt. Oder? Was haben wir bekommen? Ja, Schlüssel der Oberstadt. Genau. So, schauen wir uns hier nochmal ganz kurz ein bisschen um. Gesucht wegen des Mordes an Erzmagier Alistair. Der hundsgemeine, gefährliche, bewaffnete und müffelnde Unhold Wilbur Wetterquarz. Der Gesuchte ist bewaffnet und gefährlich. Tch, Wilbur ist so einiges, aber bewaffnet und gefährlich? Puppen, Stofftiere, da hinten sind Hundewelpen, rosa Kleidchen und da Gemälde von jungen Minnesängern. Ein bemerkenswertes Sortiment. Was ist so ein Gasstoß hier geworden? Zuckerwatte, Eiscreme, Schokolade, Bonbons. Vielleicht stecken Zahnärzte hinter der ganzen Sache. Als Elfe fühle ich Hitze und Kälte weniger stark als die Menschen. Sonst wäre die Kleidung von uns Elfenfrauen ja auch extrem unpraktisch. Logisch. Okay, dort hinten noch. Keine Menschenseele zu sehen. Entweder verstecken sich alle in ihren Häusern oder die Stadt ist zur Geisterstadt geworden. Ja, die Flüchtlinge sind wahrscheinlich noch weiter geflüchtet. So, schauen wir mal nochmal in die Richtung rüber. Und gehen wieder hoch. So, was haben wir hier? Früher bin ich da mit Leichtigkeit hochgeklettert, aber momentan würde ich lieber für ein Stündchen die Füße hochlegen. Nein, Ivo, du lässt dich von dieser Sache nicht aus dem Konzept bringen. Okay, dann... Der Marktstand eines Händlers könnte dem reizenden Gesellen oben auf der Mauer gehören. Natürlich, wem denn sonst? Seefels. Ich habe nie verstanden, warum so viele Menschen auf so engem Raum leben wollen. Die ganze Stadt ähnelt einem Müllberg über einer Kloake. Trotzdem zog es nach dem Krieg jeden hierher. Seefels steht für Freiheit, die weite Welt, Erfolg. Wenn du es hier schaffst, schaffst du es überall. Kommt mir ein bisschen vor. Im Prinzip könnte man das auch durch jede Großstadt ersetzen oder durch jede Hauptstadt. War das gerade eben auch der Trüheöffner? Halt! Papiere bitte! Du brauchst meine Papiere nicht zu sehen. Ich bin keiner der Terroristen, die du suchst. Du? Du versuchst irgendeinen Elfenzauber, oder? Nein, ich bin nur keine Terroristin. Ich bin Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Oh, Prinzessin Ivo. Ich habe sie nicht gleich erkannt. Sie sehen so anders aus. So gefällt mir aber der Schildwächter irgendwie besser, oder? Nicht Schildbürger, Schildwächter. Genau, das war's. Ähm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie früher schon so schlank waren, Herr... Schildträger. Schildträger, genau. In der Tat. Seit damals ist einiges passiert. Sagen Sie, das Artefakt des Schicksals. Es könnte mich doch zurückverwandeln, oder? Könnte es wohl. Nur weiß niemand, wo es versteckt ist. Mich eingeschlossen. Erzmagier Alistair hat unser beider Gedächtnis gelöscht, nachdem wir es versteckt hatten. Natürlich hat er das. Diese Zuckerbäcker-Welt da unten. Was hat es damit auf sich? Die ehrenwerte Ratsvorsitzende von Buren räumt in der Stadt auf. Seefels soll eine schöne und friedliche Stadt werden. Hier gelten Regeln. Und die Bewohner der Stadt haben dem zugestimmt? Ähm... Nun, es gab keine Wahl in dem Sinne. Nach dem schrecklichen Mord am Erzmagier war die Ratsvorsitzende die einzige Kandidatin. Eine Wahl wäre da nur Vergeudung von Steuergeldern gewesen, nicht wahr? Ähm... Danke, das wäre alles. Aber... Ratsvorsitzende von Buren? Was ist denn jetzt schon wieder? Oha, du! Was bringst du die Elfe hier herein, Schildträger? Die Elfe ist Prinzessin Ivo aus dem Waldlandreich. Ich bin im offiziellen Auftrag meiner Mutter, der Königin, hier. Prinzessin Ivo? Welche Ehre! Wie... Wie kann ich euch behilflich sein? Bewegt sich der Dalmatino da um ihren Hals drumherum? Oder sah das gerade eben... Hab ich da gerade eben richtig gesehen? Ach... Die sind echt alle beide schlimm. Und ja... Hier hinten sehen wir dann noch Five Nights at Freddy's. Uah... Die machen echt Angst, die Bären. Ähm... Oh mein Gott. Das Happy Wunderland ist... Ist echt grausam. Wie ich sehe, wurde auch hier drinnen umdekoriert. Hübsch! Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Königin des Waldlandreichs Dekorationstipps von mir holen will. Nein, nun wirklich nicht. Mich wundert nur, dass die Bewohner der Stadt nichts gegen den neuen Stil einzuwenden haben. Oh, sag nicht zu viel. Jedes Rattenloch in der Stadt versperren. Ja, das sieht man hier unten. Ich kenne Wilbur Wetterquartz und Rémi Dedumat. Wir sind befreundet. Was muss ich da hören? Befreundet mit Terroristen? Oh je, jetzt kommt die Achse des Bösen. Ähm... Ich glaube diesen Terroristenquatsch keine Sekunde. Wenn es in dieser Geschichte zwei Seiten gibt und auf einer stehen Wilbur und Rémi. Nun, dann bin ich mir sicher, dass auch Alistair auf jener Seite stand und dass es die richtige für mich ist. Ihr seid also eine Terroristin? Und gebt das ganz freimütig zu? Ich bin eine Königstochter auf diplomatischer Mission und mache mir ein Bild von der Lage. Oh, scheiße. Wissen Sie, wie schwierig es ist, einen voll ausgebildeten, edlen Hippogreif zu bekommen? Er hat mich einen Topf voll Gold gekostet. Ich stelle euch gerne einen Schuldschein aus. War das alles? Oh mein Gott. Das letzte Mal, als ich hier war, quoll die Stadt über vor Menschen. Ja, wir haben aufgeräumt. Diese Zeltstadt vor den Toren war doch unwürdig. Dem stimme ich zu, nur... Wo sind die Flüchtlinge? Weg. Und deshalb können die Bürger dieser Stadt nun wieder ein anständiges, geordnetes Leben führen? Sind das die Blumen dann? Oder was ist mit denen? Ah. Ein anständiges, geordnetes Leben nach deinen Maßstäben? Nach den richtigen Maßstäben. In Seefels gibt es kein Verbrechen mehr. Keine Bettler. Niemanden, der die Regeln bricht. Ja, weil sie alle nicht anstreben. Dann würde ich da den Rest der Welt in einem Zustand aus Chaos, Sittenlosigkeit und Verrohung belassen. Ihr könnt den Menschen eure Vorstellungen nicht aufzwingen. Sie müssen euch aus freien Stücken folgen. Oder eben nicht. So war es vielleicht früher einmal. Aber heute gibt es Mittel und Wege, effizienter zu regieren. Oh, Schrott. Wenn das euer letztes Wort ist, habe ich genug gehört. Auf Wiedersehen. Moment. Oh nein. Ihr wollt nicht zufällig losgehen und ein bestimmtes Artefakt holen, oder? Selbst wenn ich wüsste, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet, ich würde es nicht einsetzen. Ach, Alisters Mädchen. Aber du wirst einsehen, dass ich kein Risiko eingehen kann. Oh, verhaftet sie. Ja, ins Gefängnis mit ihr. Was? Lady Van Buren, sie ist eine Gesandte der Königin und deren Tochter. Ich werde dem Waldlandreich einen Besuch abstatten und das klären. Von Königin zu Königin. Äh, von Königin zu demokratisch legitimierter Anführerin. Kommen Sie, kommen Sie bitte mit, Prinzessin. Wer mir zu nahe kommt, bekommt die Kiste auf den Schädel. Oh. Das ist aber ein schöner Würfel. Hast du den gemacht? Ja, es kann alles machen. Es kann alles machen. Tatsächlich? Und du denkst dir all diese schönen Dinge selber aus? Ja. Ein paar sehen auch in meinem Buch. Der Froschkönig. Die Geschichte habe ich immer besonders gerne gemocht. Ich auch. Hier, spiel schön mit deinem Würfel. Der Froschkönig, hm? Raus mit ihr! Kommen Sie bitte mit. Im Gefängnis sind Sie wenigstens sicher. Oh mein Gott. Es ist echt deprimierend. Hm. Nein. Auch das hängt nicht ganz gerade. Versuch's nochmal. Die schwangere Prinzessin des Waldlandreichs im Gefängnis. Zum Glück hat der Reporter gerade seine eigenen Probleme. Ja, dann kann sie sich ja jetzt mit dem X unterhalten. Hey, Psst, Kleiner. Ah, Timmy. Kennst du eine Ratte namens Rémi de Dumas? Du, du bist doch Ivo, oder? Oh, ähm, kennen wir uns? Ich mag die Stimme. Ich bin Onkel Rémi nachgeschlichen und habe mich versteckt, als ihr diese ganzen Festessen und Empfänge hattet. Du warst da und Wilbur, Kapitän Nate und das Vieh und Erzmagier Alistair. Es war immer alles sehr feierlich. Kannst du Wilbur oder Rémi holen, damit sie mich befreien? Ich kann dich befreien. Ich bin im Widerstand. Ja, natürlich, aber vielleicht wäre dein Onkel... Der ist auf einer Mission, aber zum Glück ist hier eine Ratte, die einer Prinzessin in Not helfen kann. Timmy. Oh, der ist klasse. Müssen wir ihn... dürfen wir ihn jetzt steuern, oder? Ah, wir dürfen ihn steuern. Okay. Wie lange soll diese Verdammt-Pratze noch so gehen? So lange, bis du gelernt hast, die Plakate ordentlich und gerade anzukleben. Und du solltest mehr darauf achten, was du sagst. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier das Ganze schön zu machen. Aber das schauen wir uns dann an, in einer der nächsten... Oh. Immer noch schön. Okay, das schauen wir uns dann morgen an, in einer neuen Folge. Das muss doch mal. Hey, oh mein Gott, das rosa Wifi Wunderland. Ich dachte, ich bin solche Spiele endlich mal los. Okay, bis morgen dann. Ciao, ciao.